Welchen Scan wollen wir nehmen? Teilen jetzt pervers, aber auch teils nicht, ne? Was ist das? Ja, ist halt so, ne Mark Forster? 3, 4, 5 Ah, ich schreibe mein Passwort falsch her. Sp shortergeräusche 3, 2, 1 Erhöhöhöhö Erhöhöhö Erstmal ja raussuchen, ne? Und Chat, hier wird nicht beleidigt in den Chat. Der wird direkt aus dem Chat gebannt. 500 Level Death Run. So Leute, wir, ich, äh, guck mal jetzt den Code an, okay, Leute? Und dann fangen wir direkt an mit dem 500 Level Death Run. So, ich kann ja schon mal so. Und dann werden wir mal gucken, Leute, wie der 500 Level Death Run geht, ne, Leute? Leute, von heute. So, Leute, dann machen wir jetzt hier den 500 Level Death Run. Ich muss mal, hallo? Ist jemand, ist hier jemand drin? Bra! 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 Ich bin bald. Ja, ja, gesehen. Ja, eben gesehen. So, Leute, dann fangen wir auch direkt an. Ja, geil, wir spielen Death Run. 500 Level. Mit Stream. Ja, und wer will alles mitspielen? Gucken, der in Stream kommt, der kann mich ändern. Und machen wir doch nicht Skin Contest. Wäre doch viel schlauer. Wäre doch viel schlauer oder nicht? In Contest. Aber da vorne ist das gerade besser. Also 0, 9, 4, ne? 0, 9, 4, 9, 3, 3. 9, 3, 3, 1, Äh, schlau, du streamst auf YouTube. 9, 3, 1, 5, 3, 8, 6, 5, 3, 8, 6, 5, 3, 8. 500 Level, Death Run. Ja, Leute, hier ist er. Patrick, hi. Moment, ich. Das bin ich. Ich weiß. Das weißt du auch. Hm. Ich komm mit rein, warte kurz, starte noch. Okay, warte. Ah, ja, ist gut. Und du hast immer noch den gleichen Untertitel, ich check das nicht. Ich hab nicht den gleichen Untertitel. Bei mir steht das immer noch Epic Games, Sternchen, Sternchen. Wer ist das denn jetzt? Sorry, aber nur, ich adde, ich, es dürfen nur welche mitspielen, die jetzt in meinen Stream sind, also sorry, der Flexbaum. Nur, die in meinen Stream sind, dürfen mich adden. Eins versteh ich nicht bei deinem Stream. Warum? Hast du die gleiche Unterschrift unten? Und so. Ja. Kommst du? Was steht bei dir unten drunter? Epic, also Epic, Doppelpunkt, X-Eli, äh, Sternchen, 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 Sternchen. Ja, genau, der steht bei mir auch. Hm? Ich weiß. Ja, und warum tauschst du die nicht? Warum schreibst du nicht rein? Abo zocken, das war ein 500. Warten nicht starten. Kommst du mit rein oder rast du draußen? Warum sollte ich denn jetzt den rein machen, ohne rein zu gehen? Aber dir guckt einer zu. Einer und das bin ich. Alter, das ist der Easy-Parcour für mich. Der ist schwerer geworden, ne? Der wurde eher erinnert. Das ist aber easy hier. Ja, das. Nein, ich hab... Hier muss man doch immer Wiesbaden. Nein, das ist die Mö, wo man andauern, Wiesbaden muss, wenn man runterfällt. Ist das schon richtig? Oh, du bist gerade in die Fall. Ah, ja, ich wiesbaden gleich. Geil, ich kann gleich Wiesbaden, weil er muss auch falsch reinlaufen und ich laufe hinterher. Du liegen. Jetzt renne ich wieder falsch. Ah, nein. Es geht gar nicht. Fals. Machen wir ihn zusammen? Ja. Ja, warten, mitwarten. Scheiß, ich hab den Jackpot gar nicht genommen. Ey, ich komme nicht raus. Kann man hier bis ab und stellen vor? Könnte man abbauen und mehr zweimal da. Wär so unlogisch. Das wär so unlogisch. Die, der Anfang ist easy, aber der Schluss, der ist hammerschwer. Ich hab den nicht gespielt. Also ich hab den schon mal bis hier gespielt. Bis dem Baumsturm. Baumsturm. Wirklich jetzt? Konntest du nicht weiter? Nein, ich hab doch Schluss gemacht. Achso. Lul, ich bin nicht gestorben. Ja, du musst wiesbohren. Achso, das meinst du mit wiesbohren. Ja, da unten musst du wiesbohren, dass du wieder oben spornst. Geh weg! Du bist so ein... Ja, ich mach das an langsam, da schafft man das auch. Känguru. Känguru! Leute. Warum spüren? Leute, von heute... Ich bin nicht wieder in den Boden runter. Also, ich kann den da nicht. Der ist so easy. Nur die Baumstämme kannst du nicht. Ach, Alter, leck mich doch am Arsch, Alter. Was? Was? Ey. Du musst nicht nach vorne drücken. Du musst einmal springen und ganz vorsichtig nach vorne lehnen dich. Dann geht es. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Warte mal, Juhu! Ach. Du weißt schon, das Erfurt wollte ich springt down. Junge. Ich fress gleich ein Besen. Ich fress gleich ein Besen. Doch kann ich schwer. Oh, jetzt wäre ich auch bald runterge... Also, nein! Ich bin so ein Duli, ich bin wieder zurückgegangen. Da ist, ich kann wieder von vorn. Komm, Alter, du bist mit den Daffern. Nein, machen wir nicht, weil ich hätte eh schon gewonnen, wenn ich nicht auf den Stream geguckt hätte. Na, zum Glück. Ah! Ich bin auch untergefallen. Komm, wer hat erst den Daffern? Wir müssen den Daffern, auch wenn wir keinen Bock haben. Wir müssen den jetzt, äh... Da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Komm, wer hat ihn als erstes durchgespielt hat. Ey, ich sterbe schon wieder an der einen Stelle. Ey! Wir haben doch gesagt, du wartest. Ja, das ist warten. Nein. Nein, wer als erstes durch ist. Es bist eh, du weißt, du bist ich spieler-bild. Hey, es ist vier Spieler haben einen Vorteil und es wird spielern, ne? Dann, ne? Die können nicht nach hinten laufen, nur mal so, ne? Hä, wir können nach hinten laufen mit dem Stick. Mit dem Stick. Soll ich da Bilder hochspeichen, oder was? Wir können doch rückwärts laufen. Rückwärts du? Ja, ich kann rückwärts auf den Kopf. Auch. Weißt du gerade gesagt hast, PC-Spieler können nicht rückwärts laufen. Achso. Komm, wir als erstes mit den Deppern durchwärts, ohne warten. Ohne warten. Ohne warten. Ja! Dann probieren wir mal da, wo ich gerade bin, das ist auch, dass ich kacke. Das eine wird jetzt so dann schwer mit den Speeds-Teilen da. Das ist schwer. Geil, du bist jetzt so an der Stelle, wo wir immer gestorben sind. Ja, ich mach den gleichen Fehler. Geile Sache. Hier. Ah, scheiße, da kommt jetzt zuerst die Scheiße alles. Ach, komm. Diese Scheiße. Diese Scheiße hab ich nicht geschafft. Wo soll ich nochmal lang? Achso, hier. Ja, vor. Ja, halt. Kennst du das, wenn man nicht weiß, wo man nochmal war? Ja, das ist so peinlich. Das ist mir vorher passiert, da bin ich wieder zurückgeholt. Ach, in gerade das? Ja. Ich bin so ein behinderter Mensch, mein Spaß. Warum musst du immer so stark spülen? Ich mach jetzt mal ganz ruhig und mach jetzt den der vorn durch. Ganz ruhig. Genau. Fert. Nein, kacke. Du bist nicht mal gestorben. Ich bin wieder... Ja, bei den drei Teile, wo man an Zeitwert züpfen muss. Mh. Nein, das sind vier. Geil, der zerbüßt bei mir. Mann, das hört sich an, wie Pups. Mach mal auf damit. Kannst du mal wieder aufhören? Das nervt voll. Ich verkack dann immer, weil ich lachen muss. Das ist nicht dein scheiß Erz. Das ist nicht dein scheiß Erz. Das ist du, wie gesagt, Pferd. Pff. in der dritte um mich noch mal ein ich weiß wo ich nicht mehr wo ich lang muss auch hier drei und vier ich bin schon bei 42 ich bin es bei level 40 ich bin ein zwei und ein Pferd ein Schweinepferd ein paar ein ein Pferdschwein geile ich bin etwa an denen wo ich immer verkackt wirklich es ist so schlecht das ist ein Lärmchen wahrscheinlich bist du schon da 48 mein PC ist nicht gesprungen wahrscheinlich mein PC ist gesprungen mein Kasten gesprungen ich bin bei leute 53 oh mein Gott Leute habt ihr das gesehen auf dich waren noch jede Menge Sachen oh mein Gott das ist so schwer man wird so hart getrollt von diesen Farmen hier ok Leute sind wir durchgerannt wie so ein Pferd und wir sind gestorben aber war noch drauf mann scheichkacke hihihi die Farben machen mich auch verrückt hihihi 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 jetzt kommt dann erst was, das ist doch noch verrückter das siehst du nur noch auf der Farbe, die wir würfen hihihi ich hab gerade Silberbüffe da bin ich von hypnotisiert wie ich das geschafft hat eben Leute ne hihihi ich bin zu gut nein nicht das hier nein sag mir nicht das ist das nein das hat mich weggebounced die Scheiße das ist das äh du musst bei 61 ab bremsen du musst da kurz stehen bleiben und dann kannst du erst weiter stimmt das guck so wie ich das gemacht habe ne 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 miss und bei 63 auch ja nice ich spring gegen das Grüne brems halt bei dem blauen Scheißdreck ab hab ich doch ich meine jetzt nicht in der Luft ne 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 okay hab hä wo muss man jetzt lang ach hier lang ja du musst weitermachen genau wahrscheinlich an der Kante stehen geblieben ja und das ist dann das Problem wenn du zu weit springst oh die Nummer fuck die Nummer hat mich aufgescheißt aufgescheißt ja die hab ich aufgehalten die scheiß Nummer am besten aufgespießt nein Spaß alles gut aufgespießt aufgespießt ich hüpfe einfach nicht ich sag doch das ist jetzt sehr schwerer das Level absolut ey wie du ich hier Patrick in YouTube jetzt soll ich mal sagen was ich mache das geht nicht hab ich schon ausprobiert du kommst nirgends mehr hoch nein und ich mache den gleichen Fehler wie du du kannst da nicht hoch es geht nicht du brauchst das gar nicht ausprobieren du kommst da nirgends hoch du musst das Level fertig machen komm komm ich bin ein Länge der aus der Dings gekommen und jetzt bin ich runtergefallen meint du der Schacht von uns irgendeiner ja denn ich bin ein Langer da nein ich bin stehen geblieben in Hohan Ochse du darfst da nicht stehen ja das ist so scheiße weil du nicht stehen bleiben darf komm auf Ansage ich schaff das auf Ansage auf Ansage auf Ansage weil die dann verkackst du immer komm komm auf Ansage auf Ansage auf Ansage mann bist du auch nein er hat nicht da da darfst du hohohohohohohoh Junge auf an so gah I will ever win the worst you nein er schafft das halt wirklich Alter es ist nicht wahr ja wie hast du das jetzt gemacht dass du überall drüber gekommen bist ich lauf weiter ja nein du rennst nicht weiter du wartest wir haben gesagt ohne warten erst ohne und jetzt kommt gleich das ja du wirst ja gleich wieder hängen bleiben schätze ich und das ist auch so das ist sehr schwer jetzt da komm ich gar nicht weiter bei dir was du jetzt bist ich hab's geschafft ich hab's geschafft ey du hast geschafft du hast geschafft du hast geschafft nein ja ich hab's Patrick hat 20 Eliminationen und ich hab 28 wahrscheinlich ja du bist bei den einen immer runtergefallen drum Alter das ist ja nicht mal nochmal wie kommt man da hoch richtig Cait Hä 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 cancer das ist doch unmöglich da hoch ja ich bin am gleichen Fahrt Wie? Wie bist du da gesprungen? Junge, du pass... Bleib halt nicht da drauf stehen, geh weiter, Mann! So, okay, jetzt nicht so rumschreien. Wir haben zwei Zuschauer. Du hast zwei Zuschauer. Und du hast den... Leute, guck mal, wo wir gerade erst mal sind. Level 75 von 500. Also, nee, ach. Wie hast du das scheiße geschafft? Hä, wie bist du da hingekommen? Indem ich respawn habe, Spaß. Ich sehe halt das doppelt, wie ich respawn, weil ich sehe das im Stream und bei mir live. Nein, ich war drauf. Leute, von heute. Auf mich brauchst du jetzt nicht mehr warten, weil da hänge ich jetzt das Ganze ja fest. Das ist halt so. Echt jetzt, ohne Scheiß. Ich weiß. Das ist so übelst scheiße. 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 Sag halt, wie bist du da abgesprungen? Ein Scheiße. Wie bist du da... Sag mal bitte, wie bist du da abgesprungen? Direkt von der Kante. Direkt von der Kante. Von der Kante, wenn ich abspringe, dann fliege ich runter. Leute, von heute. Wir schaffen es. Komm, Leute. Mit, mit andern oder ohne? Mit? Und was sonst? Ich glaube, es ist nur weiter, ne? Ich glaube, es ist die ganzen Differen hier weiter an. Nee, es nützt nichts für. Und den bin ich am 500 Level und den ich respawn bin ich am 75, Alter. Du bist nicht am 75, nie. Hey, Leute. Wo müssen wir hin? Ja, weiter bei 80. 81, 82. Leute. Ja, ich komm da nicht drauf. Ich weiß nicht, was deine Technik da war. Technik. Ja, deine Technik. Was hast du da gemacht? Horst dich. Hast du es geschafft? Und jetzt musst du es auch noch schaffen. Pass auf. Nein. Nicht so schreien. Ich hab das gleiche wie du gemacht. Ich bin runtergefallen. Nein. Nein. Der vollen Spieler hat einen deiner Truppen hinzugefügt. Ich hab das wieder. Ich hab das sehr drüber. Sehr drüber. Sehr drüber. Wie bist du da rübergekommen, verdammte Hühnerscheiße? Wie bist du auf die Anderness Checkpoint rübergekommen? Auf den Checkpoint? Hey, Leute. Wo müssen wir langen? Ey, ich komm gar nicht mehr klar, ne? Ich komm gar nicht mehr klar, ne? Und er springt nicht. Ist es da hinten, Leute? Ja, da geht's weiter. Ja, da geht's weiter. Stimmt. Ich bin wieder runtergefallen. Junge, wie wie... So, Leute, ich bin wieder da. Eine Frage. Bist du von... Bist du von Rand abgesprungen von der Dings oder... Direkt vom Rand. Vom Boden. Von unten. Von Boden. Von unten. Von Boden. Richtig ran und dann... Nein, ich mein jetzt, wenn du da auf der Ecke stehst. Oh, wir haben drei Zuschauer. Wennst du auf der Ecke stehst, was machst du dann? Wie bist du da rübergekommen? Also, du musst in so eine Innenfläche, diese Innenfläche, dann musst du ganz da hinten und dann musst du Anlauf nehmen und von dieser Kante, wo es zu Ende ist, abspringen. Ja, geil. Ich habe es wieder nicht geschafft. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist das für ein Scheiß-Bakure? Meine Tüme. Von der... Was? Auf der... In der Plattform abspringen? Ja, von unten. Oder von Rand. Von gelben. Ah, ah. Ah, ah. Junge, du erzählst mir Scheiße, ich bin runtergefallen. Du musst... Du musst perfekt... Ja, ich weiß, das ist schwierig. Du musst nämlich perfekt timing haben. Du musst perfekt timing haben. Jetzt fliege ich hier wieder runter, Alter, es nervt. Es nervt dich, hol dich niemals ein. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin erstmal Level 82. Ja, ich schaffe nicht mal Level... 57. Oh Mann... Ey, ich bin... Ich bin... Arka wie du... Alter... Oh, jetzt komm fallen. Nee, Kackenburger. Ey... Kann man hier irgendwie hacken in der Map? Dass man hier leichter wegkommt. Wer kommt dir noch zu, ist die Frage. Tja, weiß ich selber nicht. Leute, das ist... Oh, nee, nicht das, ne? Oh, nein. Oh, oh. Es wird übertrieben schwer. Genau die Mitte treffen. Leute, wir haben es einfach. Oh, ey. Hier wird Patrick auch nicht weiterkommen, wenn er hier ist. Ja, es ist doch nicht kacke. Guck mal, wo ich noch hänge. Guck mal, meine Eliminierung an, Alter. Das ist doch... Ja, 48. Ich habe selber nicht mehr. Äh, selber nicht weniger. Ich habe 43. Und du hast 48. Ich kann nicht drücken. Ich kann nicht drücken. Ey, ich kann nicht drücken. Oh, ey, Schatz, schreib mal, habe ich das lieblich geschafft? Ich habe es doch geschafft, ich war doch drauf, ne? Schalt alle reinschreiben. Ja, das war ein Bug. Wir gucken zwei Zuschauer zu und dann sollen die alle reinschreiben. Außer ich kann reinschreiben. Und du hast mich noch nicht zum Modal-Ding gemacht. Man braucht ja auch Mod. Die kannst du mir geben. Das kannst du mir geben. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe YouTube danach einstellen und dann unter Mod. Ich habe mich nicht zu sehen. Hä, wirklich jetzt? Ja. Junge. Nein, nein, nein. Nicht, dass man Geld bezahlen muss. Ja. Und nicht das! Leute, kennt ihr das hier? Wohin, dann ist die überquert mit Eisswürfelfüßen. es ist doch voll easy laber nicht du hängst da noch fest ja ich häng immer noch bei der Ecke fest was kann ich dafür ich komm da nicht weiter ich weiß nicht wie ich abspringen muss jetzt bin ich da drauf und dann probier ich auf den Checkpoint rüber zu kommen und verlieb ich wieder runter ja wie immer geil kann ich ja wieder machen ich bin drüber und da ist das Beste bitte lass uns das schaffen wenn wir das schaffen nein wenn wir die habe ich jetzt falsch gedrückt Leute kennen wir hier drauf eigentlich tanzen also kann ich dir zugucken halt weil ich auf Dings gedrückt habe samm der Scheiße Leute ich gehe doch nicht mit der Eifel wieder lang ich bin zu am Arsch ich habe Dings gedrückt Murat Kreativzentrum also kann ich nie mehr weiterspielen doch du kannst weiterspielen du wirst immer noch da bleiben nein weil jetzt kann ich dir nur noch zugucken wenn ich da reingehe wirst du schon sehen warte ich guck mal also pass auf jetzt guck ich dir dann zu Upp nehm M.O.F.I.N.E.N.O.G.O.S.O.G.I. Wir sind nicht bei Vox Club. Bei Kids Club. Kids Club. Kling klatschen. Warte mal, ich tu das Lied dazu wirklich, ja. Ich bin bei Level 100. Jetzt noch mal, jetzt noch mal dreimal so viel und n. Jetzt hör mal, warte ich tu das jetzt nicht mehr. Hörst du es? Warte mal, warte ich dir das nicht mehr. Mh, mh. Ich kann, warte, in den Moment. Ja, warte ich dich. Das ist geil. Wir, 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 warte ich euch. ist gerade mein stream weil ich schaff das nicht was soll ich machen wer gerade einer bei mir drin ist ja das ist der eine was dir geschrieben hat mir hat keiner geschrieben behinderte geistig behinderte geistig ne bestes deutsch wollte ich mal kapita brava nur noch gut hierher tun ne mach mal sherry sherry lady pass auf die das wird perverser ja der lecker marschall warte mal was sherry sherry lady ja das wird pervers pass auf sherry sherry lady pass auf das wird pervers ja und wo finde ich das jetzt bei kapita brava sherry sherry lady ja warte mal ist das das ach du scheiße das wird pervers pass auf das ist nachts und ich weiß dass es passt das lied ist so kacke ah ikkerhaft das ist eklig was denn da sieht man bum 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 mamma immer hey this is a real game oh das ist gleich weg weil da jodelst du das ganze lied mit ich sing gleich nicht mehr sherry sherry lady sing gleich das da musst du auch kennen warte letzte pass auf jetzt ist es nachts es ist nachts es ist nachts es ist nachts es ist nachts ich das ist nachts ja hier einmal hätte ich mir das jetzt so an pass auf guck mal auf die bilder alter ja ich weiß schon das ist voll eklig hab ich so gesagt es wird pervers ja Junge ich komm hier nicht weiter ich weiß wenn du ein fischermund hast er bleibt stecken nein nee auf keinen fall nein auf keinen fall nein nein ich war ich war die bilder werden ja immer schlimmer Hilfe ja ich weiß bald ficken sie Spaß kapital brava nur noch gucci fund gucci 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 oder gucci 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 ka Might gucci 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 jör ma aus es ist abend es ist nacht Was ist der Unterschied zwischen Abend und Nacht? Ich bin da wie 119 erst! Oh mein Gott, das kenn ich! Ich bin da wie 120! Alter, ich will ein Lied finden, das was... Ey Putsi, ich kann ja einfach nur rennen durchlaufen, ich schwöre! Ja, ich renne jetzt auch runter. Das hat sich angehört wie stillen, aber auch eher? Bei mir, nicht bei dir. Kennst du das? Ich kenn alle. Ich kenn sogar die Lieder von nicht mehr hergestellt werden. Null, kenn ich nicht. Falls von Alien steht. Leon B, Nick, kennst du mich? Junge! Der Leon ist drinne, ey! Ey, der Leon! Warte mal, ich muss erst... Ich raste gleich aus! Beim letzten Jump, ja? Nein, bin ich nicht, oder? Er hat die Verfilmung gemacht. Ey! Nein! Nein! Kennst Kapita Pra, ich lutsche an deinen Yara? Wer kennt Kapita Pra, lutsche an deinen Yara? Ey! Warte mal! Hör mal kurz zu, das musst du... Das ist so geil! Der hat so andernes Dings gemacht von Kapita Pra. Wie? Warte, der singt Niki! Ey, Leon, wenn du mich halt ablenkst, ne? Oh, und ich sterbe jetzt! Ich schwör, ich fick den Yara, kalder! Ich esse nicht Bananen, der singt Tofu! Ich esse auch nicht Bananen! Ich esse auch nicht Bananen! Nur in einer anderen Version, nämlich Yara! Der singt nicht Bananen, der singt Tofu! Ich esse auch gleich Glasstern, meiner! Ich fack mal wieder so einfach! Fufu machen! Fufu, fufu, fufu! Nö! Ist ja ein Alien-Lied! Wurde von Alien hergestellt! Das ist nicht ein Alien-Lied! Ah! Ich fahr... Das ist so einfach, das Level, ne? Und ich fahr kack, Alter! Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr... Elfim, sie kickmack! Ah, ja, Mann! Kannst du bitte ausmachen? Warum? Es nervt! Bitte, wo muss ich denn lang? Mach bitte aus! Bitte! Ja, hab ich doch! Was? Du hast dich gebrannt? Alter, nicht das hier! Ich hasse das! Junge! Hört jetzt aus! Moin! Was geht ab? 500 Level davon! Ja, moin, Leon! Ey, Leon! Du warst schon, dass du meine Freundin weggenommen hast, ne? Du kleiner Jahre-Klutscher! Ey! Nein! Mach bitte aus! Das fackt ab! Jetzt ehrlich! Ja, ich kann nix dafür! Ja, genau! Das ist doch so scheiße! Da spielst du nicht mehr! Ja! Ey, Lern! Wenn du noch einmal so was schreibst! Halt dein Maul, du Depp, ne? Du warst schon, ich kann nicht aus dem Stream bannen, ne? Dann kannst du nie... Hat er geschrieben! Halt dein Maul, du Depp, Alter! Beleidigung! Ich kann's doch machen! Er hat beleidigt! Ja, kannst du auch, mach! Und dann schalt mir noch, das ist so easy, Alter! Junge! 500 Level davor! Ich bin Level 139! Was witzst du, Alter? Ja, und ich bin... 75! Du bist ja auch ein Switch-Spieler! Au! Au! Kannst du bitte den Stream ausmachen? Stream, sag ich mal! Ich hab doch gar nix an! An streamen, Junge! Auch gerade bemerkt, dass du keinen Stream an hast. Du sagst was! Hast du? Junge, ihr wird mal so angetäuscht! Schnell, guck mal! Hier ist ein gelber Untergrund, aber gelbe Klöpfe auch! Und ich kann nicht mehr suchen! Scheiße! Warte mal! Rotes Gummiboot! Störvorder kommt jetzt! Ich bin ein rotes Gummiboot! Ein rotes Gummiboot! Ja zu! Warte! Er hat ein schnapp! Rotes Gummiboot! Rotes Gummiboot! Rotes Gummiboot! Rotes Gummiboot! Rotes Gummiboot! Scheiße ich dachte ich gar nicht anmachen du kriegst Copy-Wide 2! Fuck! Hm, ich weiss... ja warum sagst du nix du bist du los ich mach das mit Controller dieser Bistriens 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 Jungs Jungs was ist ein Pumokel was ist ein Pumokel erstens ist ein Pumokel Nein singt nicht nicht nur mein Freund Rästchen was für ein Freund habe ich dir noch eine Freundesliste Alda das ist der Müll Alda gar nichts zu merken bei den Hauptpengen ich will mal was gucken ich will nur mal was gucken überhaupt ach die Scheiße aus Kokosnuss wenn er annimmt ich äh löschen wieder was ist das für eine scheiß Musik Junge was hab ich selber schulde ich meine Frau meine Freundin weg Junge du hast die mir weggenommen du schwanzlos Eier was für Eier genau nein 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 nicht du hör mal auf zu rumschreiten das jetzt will ich nicht es ist nachts ich will nicht er ein Spenker mit Blümchen ja wirklich Guck an hier was ist das? nein! Junge, was ist das? wie ne Mal äh ist das jetzt? nicht hier die Karte eins darf ich nicht angst Leon hier guck mal die B Alter der kommt doch schon wieder warum ich habe einen Knall Nein Spaß hab ich nicht was Warum warum ist das so richtig hart ich hab'n Knall aber so richtig hart Du weißt, weißt du richtig hart, oder? Anson aus Tirol AAAAAAAAH Streamen gleich beendet, der Stream fuck gleich ab, alter Warte mal ich bin wieder zurückgejumped, ja moin Soll ich dir mal ein Deed zeigen? Pippi Langschrumpf Ey ich kenn'n Deed, das ist voll kacke Soll ich mal? wo muss man hier lang ey, nicht das, ne da bin ich so oft gestorben kannst du jetzt mal aufhören ich mach mein Headset wenigstens im Radio ist ein Küken und das Küken piept 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 im Radio ist ein Gocke im Radio ist ein Gocke und der Kü... ach, da wollte ich schon Küken sagen, Alter FATZEN nein du kannst doch einmal aufhören zu playen aber das nervt ich weiß was hast du gesagt? ich bin ein Gummiboot ich bin ein Gummiboot ich bin ein Gummiboot ich bin ein Gummibär ich bin ein kleiner, kleiner, Glü... äh, Glüser wollte ich schon sagen Glüser Gummibär abbekommst vor deine Schnauze öhhh, ich bin ein Gummiboot ... Vielleicht eine Foto? Ich vermisse dich so! Junge! Wie hat das nicht gezählt? Ich bin ein Gummibär! Wo bin ich? Spielst du überhaupt jetzt noch? Nee, ich steh draußen, weil ich keinen Bock mehr hab. Auf der Scheiße! Junge! Ich bin nur dahin gegangen! Emmi go! 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 Emmm! Wollen wir in custom games mitmachen... um 20€! was ist in einer Verlust gerade 20 Euro Custom Games und was ist da? ja, da können wir mitmachen wenn du willst der Code wäre 226 wo? äh 2266 also gut Gewinner kriegt 20 Euro ja wie heißt der auf Youtube? äh S-H-A-B-O-K-O Pow pop den komm raus S-H-B-O-co-co ich weiß Coco nein der hat einen Schwamm aus Profitbild ja dann komm mal ja ich mach den K so, mach, mach Teams! Aber ohne auffüllen mach ich. Mit auffüllen, dann kriegen wir anderen mehr. Ey, wollen wir in Streams neiden? Du weißt schon, der macht nicht, der macht nicht normal Custom Guns, der macht Skin Contests. Ja, willst du mich habsen? Ja, du kannst doch einen Skin auswählen. Und wir gehen immer mit den selben Skins rein, ist mir scheißegal. Wie heißt der nochmal? S-H-A-B-Fortnite-Live Warte mal. Nicht der, das ist Faker. Sag mal, bist du dumm? Junge, ich drum will ja den Streams neiden. Verstehst du es nicht? Ah, ich weiß. Ah, ich weiß. Warte mal.